Leute, Leute, macht auf, macht auf, wir sind in der Lande gekommen. Boah, was ist los hier? Was ist das? Oh mein Gott. Was ist das hier? Was ist das? Oh, mein Kopf. Ich habe Kopfschmerzen. Was ist das laut gewesen? Ey Leute, ich habe mich gerade an mein Bett angestoßen. Was war denn das hier? Was war das? Was haben wir angegeben oder was ist los hier? Ich habe nur die Explosion gehört. Ich habe mir die Restrektion geschoben. Meine Redaktion. Alles zerstört. Was? Nein, oder? Alles zerstört. Das ist ein Witz, oder? Unsere Mauer, unsere Mauer ist komplett weg. Nein. Den Baum hat es mitgerissen. Nein. Die Bogenschützen leben noch, das ist gut. Sie ist... Was? Kommandant Steve? Bendana? Steven? General? Sir, diese Rehäuser sind für den Kampf gedacht. Nutzt sie mit Bedacht, denn wir haben nur diese Rüstungen, die dort stehen. Steven ist auch irgendwie nicht mit ihr reingegangen. Sie wird sie da tun. Die anderen nehmen die anderen. Ich habe ein Minimil, wenn du oben seid. Okay, Baum, pass auf hinter dir. Komm, der kann auch nicht mehr viel aushalten. Gut. Nehmen die... Nein, 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 nein. Ich habe den Endschein gesehen. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir gehen auf Nummer... Bin ich auf mich? Einer ist tot. Einer Kristall ist zerstört worden. Ja. Ja gut, 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 ich habe mal keinen Pfeil mehr. Hast du noch einen Pfeil-Luke? Nein. AC, wo bist du? Ich bin gerade am Weglaufen. Ja, dann komm zu uns. Wir können die doch gemeinsam bekämpfen. So wahnsinnig. Ja. Ah, ah, ah. In die Base. Ich bin verfolgt. Warum sind die alle so arg auf mich? In die Base, in die Base. Ja, da ist die Seuche. Ja, wir können die nicht gleich Enderman haben. Wegen dem Enderman habe ich meinen Schuss versaut. Ja, das ging mir die ganze Zeit so. Und rauf! Ja! Er ist zerstört! Enderman, verpiss dich, Alter. Leute, nicht die Enderman-Akku. Die haben es geschafft, Leute. Also scheiße, Enderman will sie, Enderman will sie nicht ins Portal. Gut, ich hol's, ne? Ich hol's. Okay. Ja. Wo ist es hin eigentlich? Das hier. Digga, du bist vorbeigelaufen. Hier. Hier. Okay, okay. Oder? Ich weiß eigentlich, wie man das... 18, du nimmst es an dich, okay? Oh, ab. Was auch? Du nimmst es an dich. 18? Ja. Ich hab es im Inventar. Dragon-Alk. Leute! Ich bin den Scheiß, deine Dragon besiegt. Diese Qual ist endlich vorbei, Leute. Endlich! Ciao. Ah! Okay. Wo bin ich hier? Klaro? Im Wald. Das sieht irgendwie aus wie Kingdome, aber... Vielleicht bin ich doch zurück. Klaro? eine große Wiese. Wer bist denn du? Klaro? Warte, warte. Hallo. Hi, 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 hi. Hey, wo sind wir hier? Aua, nicht. Was sind das für Teile da? Das kenn ich nicht. Das hat so einen langen Hals. Wo sind wir hier? Ich weiß nicht, das sieht aus... Lass mal, lass mal... Lass mal ein Schaf holen, bitte. Das sieht aus wie Kingdome, aber auch irgendwie wie Pearl, oder? Ja. Ich glaube... Hä? Warum geben die kein Fleisch? Ich glaube, wir sind in der dritten Welt gelandet. Oh nein, oh nein! Und das heißt, wir müssen gegen... Das ist sicher. eine Mischung aus Kingdome und Pearl, ne? Ja. Und das ist... Ja. Och, nee. Ich hab so Kopfschmerzen, ne? Also, es ist zwar schön, dass ich dich wiedersehe, aber... Aber trotzdem will ich in meine Welt zurück. Ja, klar. Ey, mein Schild brummt, ey. Das ist abnormal. Ich bin plötzlich im Wald gespawnt, und du? Ich war irgendwo in so einer komischen Höhle. Ohne. Ich craft mal, äh... Ich hab schon Schwert und, äh, Spitzhacke. Ich mach mal Spitzhacke. Es wird langsam nach dir ein Schwert. Ich grab mich mal straight hier einfach jetzt runter, damit wir ein bisschen stein haben und ein bisschen steinig. Na mal schnell. Alter, was ist das hier? Boah, ich hab so einen Hunger. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Den Schlacht um den Endeschen umsonst. So leg dich schnell. Und dann in der Nähe. Ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich kann überhaupt nichts. Hä? Dann leg dich in das andere. Versuch's in das andere. Ich kann da auch nicht da rein. Kannst du was abbauen? Nicht, dass du zu schwach bist. Ich kann nichts abbauen. Du bist zu schwach. Dann, 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 dann. Komm, komm, komm. Ich brauche was zu essen. Ja, ja, jetzt brauchen wir alle. Das kann nicht sein, dass wir jetzt hier sterben. Leg dich da ins Bett. Oh, schlafen. Oh. Bin so müde. Oh, mein Brain. Na. Zombies. Oh, das war knapp. Nein, ich brenne. Lauf weg, lauf. Alles okay? Ja, okay, es geht wieder. Komm, wir nehmen die Betten mit und lauf ab. Was ist das? Was ist das? Eben. Es ist so ein Riesenbolz. Oh, er kriegt Schaden. Lass mal nicht hingehen. Er kriegt Schaden. Was? Was ist hier ein Mensch? Was ist ein Mensch? Hä? Wir haben hier andere Personen. Ey, komm, komm. Warte, reden wir mit ihm. Wissen Sie? Hallo? Hallo? Was sind Sie und wissen Sie, wie wir hier sind? Aber warum ist hier eine Kleidung so zerfetzt? Hä? Ja, er war gerade ein Wolf, Digga. Oder Sie. Der ist gerade verblutet. Das ist ein Erd, oder nicht? Ich glaube, das ist ein Erd, glaube ich. Warum redet er nicht mit uns? Rede bitte. Bitte. Wir wollen doch nur antworten. Bitte. Wir brauchen doch nur antworten. In dein Bett mit uns kommen, wir gehen schnell. Alter, aber das... Ich kann nicht mal sprinten. Kann ich die ganze Zeit schon nicht, bitte. Das ist ein Creeper und ich kann nicht sprinten. Nein, lauf einfach weg. Lass mich, lass mich. Ich hab... Ich hab halbes Leben. Ich brauch was zu essen. Das brauchen wir alle. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. In dein Bett mit. In dein Bett mit. Ich verstehe nicht, warum kriegen wir von Schafen nichts mehr zu essen? Na, das ist doch, wie Lukas gesagt hat, ganz andere Physik. Hier ist ein... Was ist das? Was denn? Sieht aus wie ein Huhn, aber ist es nicht? Es ist so grün. Hier. Ich brauch sofort was zu essen. Ich hab nur ein halbes Herz und hab nur zwei Hungerbalken. Dein hinten ist irgendwas... Das sind so ähnliche... Das ist irgendwas wie Pferdähne. Das ist eine Schlange! Ich glaube, das ist... Das hab ich von... Das weiß ich von einem Kind, das ist ein Schlangen. Aufpassen, die vergiften nicht. Lass das. Nein! Du Anaconda. Die sind so schnell. Tod. Nein! Was? Die sind so schnell. Schlangen, Lauf, Zebras. Das kenne ich alles, um Kingdom. Das kommt mir bekannt vor. Ze? Das ist so ähnlich wie Pferde. Ähnlich halt. Nein. Komm schon an und töten, töten. Näh, 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 näh. Na, näh, näh. Töte, töte keinen Strauß. Ich weiß nicht, ob die gefällig sind. Die kommen nicht bekannt vor. Die haben mich schon gerade vorne angekrasst. Sind was? Sind das Taum oder sind das Eulen? Was sind Taum? Weiß ich auch nicht. Aber du kennst die Namen noch. Aber woher weißt du nicht, oder wie? Nee, irgendwas. Irgendwie, nachdem wir im Portal sind, habe ich irgendwelche Informationen bekommen von dieser Welt oder so. Aber ich kann unterscheiden, von welcher Dimension das ist. Ich kriege Axt. Ich will Erster. Ja, warte, ich habe noch Hühnerfleisch rein. Pack noch Hühner. Oh, ja, leck, leck, leck. Ich hab Hunger. Oh, ich hab Hunger. Ja, aufpassen. Da kommt vielleicht Kurvers raus. Oh nein, hab's geschlagen. Was? Ich, ich hab's wieder. Kopa Snake Egg. Du kannst wieder, das ist unter mir. Ich glaub, wenn wir, wenn wir aufpassen, an der ich, lass mich, lass mal, lass mal, geh mal weg, das ist mein. Vielleicht, vielleicht können wir, du darfst nicht, du darfst nicht zu nahe meinen Eiern. Angst oder so, keine Ahnung. Ich glaub, wir müssen an das Ei aufpassen, vielleicht kommt dein Cobra raus. Vielleicht wird es unser neuer Freund. Und dann geh mal weg. Ich lass das, ähm, ich lass das hier, okay? Ja. Ich lass das hier daneben. Naja. Haben wir noch was zu essen? Mein Leben füllt sich wenigstens. Alter, dieser Berg. Nee, mein Gott nicht. Du nimmst nur alles essen, Alter. Ich hoffe... Gib mir Essen, Alter. Ich hab nix mehr. Bist du wie einer? Nein, ich hau dich, hab wenig Leben. Gib mir Essen. Also, das würde ich an deiner Stelle nicht essen. Du bist so einer, Alter. Danke für dein Ei. Alter. Das sagst du behalten. Ich bin so gespannt, was daraus rauskommt. Oh mein Gott. So was habe ich noch nie gegessen. Oh, ist das lecker. Oh. Hast du noch irgendwas zum Braten? Vielleicht kommt auch aus, das raus. Nee, hab ich nicht. Ich hab auch einen Fehler, aber ich glaube, warum, dass man die braten kann. Nee, Fehler kann man doch nicht beraten. Ja, man weiß ja nie, was so eine solche Vorgehose vorgeht. Auch andere Physik ist ja, das ist ja das Ding. Ich brauch ganz dringend was zu essen, Mann. Ich hab so einen Hunger. Alter. Wie gibt uns Essen? Ah, hier ist ne Hülle. Lass mich vorabreden. Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Okay, ich seh hinten. Creeper, Creeper. Ich geh da mal rein. Ich baum ein bisschen was ab, ne? Ja, ja. Ich hab hier ja vor live, deswegen ist das ja nicht so schwer. Was ist das? Das weißes Gestein. Was ist das? Meine Aufgabe wird sein, in dieser... dieser... Mabel. ...dass ich neue Sachen erfinde. Also neue Sachen versuche zu bauen und zu machen. So was wir noch nie vorher gesehen haben, weil diese... ...mit diesem Limestone zum Beispiel können wir da bestimmt... ...jemand cooles draus machen, oder? Irgendeine... Irgendwo sowas. So ein Roboter wie... Also ich... Ich mache wissenschaftliche Untersuchungen in dieser Welt. Ja. Ich finde alles raus. Aber das ist irgendwie so krass. Oh, Maus! Was? Was ich hab... Ich hab ne... Eine Rohratte bekommen. Eine rohe Ratte. Meins? Oh, ich hab... Oh, aber bitte, bitte, gib mir. Ja, ich geb dir Watte. Ich will das in den Ofen tun. Ich weiß nicht, ob das lecker ist, aber... Probieren kann man es ja mal. Kann dir das brennen hier? Nee, okay. Weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was man mit diesem Limestone macht, weil... Ich kann das irgendwie nicht... Da hinten ist einfach ein brennender Zombie, alles klar. Hier. Ja, der kommt nicht weit. Oh, lecker. Der hinten sieht sich, wie es tut. Ja, ja, ja. Hunger, 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 Hunger. Oh! Oh! Ich hab so einen Hunger, das glaubst du nicht. Ich bin zu meinem Bettman auch daneben hier so. Guck, Red. Oh, das ist eklig. Oh, das ist eklig. Oh, das ist eklig. Ja, aber du wolltest essen, ich bin wieder wessen. Das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Oh, das ist eklig gewesen. Boah. Ich hab gedacht, das ist ne Maus. Aber es war ne Ratte. Das ist ja ekelhaft, alter. Ekelhaft. Was ist hier? Komm mal hier, komm mal her. Alter, was ist hier? Was ist wo? Oh, da oben. Boah, alter. Ich hab grad... Ich konnte die Entsprenten, ne? Ich hab grad diesen Jump-Kick gemacht. Oh, was ist das für ein Riesenteil? Hier oben? Was ist das Braune da oben? Was Braunes, wo Braunes? Ja, da, da oben auf dem Berg. Irgendwas Braunes da oben. Ja, guck, mach nix. Links neben dir, links neben dir. Das ist ein Huhn. Nein, 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 nein. Oh, hier liegt so viel Essen. Du Wahnsinniger, hebst es nicht auf. Was ist das? Ich kann es nicht aufheben, doch halt. Das ist... Was ist das? Ich weiß es nicht, das sieht aus wie so. Das sieht aus. Oh, es kräft an. Oh, was ist das? Hide. Das ist das. Ich hab Fell bekommen. Ich hab sein Fell bekommen. Oh, das ist warm. Vielleicht können wir uns daraus vielleicht mal einen Mantel... Kommt. Was ist das, die am Hörner? Hinter dem Zombie. Ja, was ist das für ein Zombie? Das ist doch... Das ist kein normaler Zombie. Doch, doch, doch. Was ist das? Wir kämpfen gegeneinander. Die trocken Leder. Oh, ich hätte nicht fast getet. Brauchen Rüstung. Rennen ist irgendein Vieh. Was? Was ist das? Kann man das angreifen? Ich geh da nicht ran. Ich geh da nicht ran. Ich hab zu... Hier greift alles an in dieser Welt. Ich kann es nicht hinten. Ich schreib das kaputt. Nein! Renn weg, renn weg. Renn zum Berg, renn zum Berg. Renn einfach. Renn einfach. Renn einfach. Renn einfach. Er schießt mich ab. Da reitet ein... Da reitet ein... Da reitet ein Zombie auf einem Erddolch. Nein! Was macht das? LOL! Nein! Es baut sich auf. Es baut sich auf. Renn zum Berg, renn zum Berg. Nein! Was hab ich getan? Was ist das für ein Zombie? Was ist das für eine Welt, Alter? Da ist so wieder so ein Wolf. Oh nein. Das sind diese Menschen, die zu Wolfen werden. Nein. Oh nein, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, sterbe, sterbe. Renn, 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 renn. Skorpion! Nein! Hilfe! Renn zum Berg, wir bauen uns ein. Ich kann nämlich nichts... Ich kann nichts machen. Renn zum Berg, wir bauen uns ein. Ich bin tot. 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 Ich sag dir, wenn ich... Wenn ich sage, du bist nicht tot, dann bist du nicht tot. Glaube mir. Creeper, ich bin tot. Ich bin so 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 fucking tot. Skelett, Skelett, Skelett. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Wenn du zu uns kommst, dann können wir uns einbauen. Da sind zwar gerade ein Zombie... Creeper und so. Oh, ich hab ihm tot getrunken. Ähm, Hilfe. Ja! Ich bin auch so gut wie tot, weil bloß bei mir ist ein Skelett. Ja, ja, ja. Oh! Töte alles, was hinter mir ist! Nein, reinbauen, reinbauen. Komm, komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein! Ich muss was essen. Ich muss jetzt gerade das rohe Hühnerfleisch essen. Ja, ja, ich muss hier dieses verrottet... Was ist das für eine Welt, Alter? Ich will hier weg. Ich will hier nicht sein, ich will hier nicht sein. Ähm, das war's. Wir wissen nicht, wo wir hier sind. Wir wissen nicht, wo die anderen sind. Lukas, Luke und so. Wir wissen echt... Ich guck noch mal kurz raus. Sind da noch Viecher? Ja. Ja, mach zu, mach zu, ich hab ein halbes Herz. Ich hab drei. Das ist eigentlich... Aber, Leute, wir können auch... Doch, ich kann mir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wenigstens. Hier. Ach, du hast eine Workbench, perfekt. Ich hab hier... Ich hab einen Hühner platziert hier. Das war's mit der heutigen Folge. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ähm, ich hoffe, euch hat's wenigstens gefallen. Schaut bei Bazzi vorbei. Und wir haben den Huhn, wir haben einen kleinen Begleiter. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Und an meine Zuschauer schaut dann Claro vorbei. Ist nicht wow, oder nicht. Jedenfalls, wir gucken jetzt mal. Bis dahin. Haut rein. Schau. Tschau.